hey leute und willkommen zu einem weiteren let's play also ja aha ja klicke aha nein interessiert mich nicht technik wenn ich will angehen technikprojectures was ich habe ähm ja aha ja ähm dann able you you will be able to use this sign okay da ja 2 more before they win the match ja jetzt können wir nur zuschauen collect your light by ich bin jetzt purple change control ja das ist besser dann fahr ich mal da hoch, ja, weil es kann, das ist der einzige Grund dafür Nein, Mist, er ist gesprungen Ich versuche mir damit, dass mir da auch die, wenn ich einfach kann ich habe gewonnen ich tue wieder die kontrollen ändern war das mit dem schaden ist mir ein lieber also ich gehe mal gleich nach ich gehe mal gleich abholen nein da ist über gesprungen das ist nicht gesprungen er ist nicht gesprungen das ist nicht meine schuld wenn er ist nicht meine schuld ja es ist ich bin da nicht reingelaufen er wir spielen wir spielen doch wir spielen gegen handball lecker lecker ich muss ihm das sagen es geht nicht es geht nicht und h bergermeister er hat 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 die Kinder das ist die Kinder die die Kinder er hat nun dann nicht in der Weg kann man da irgendwo zu einem ich meine er hat da ich bin nicht ich bin das ist nicht lecker und ich möchte mich bitten und saunen ob da sonst irgendwo jemand gejoint hat ich zahl mal das erste ja da hat schon jemand jeder Bürger der Bürger eichtige ich bin jetzt nur wieder kein WTF XDD Smiley Smiley Ich glaube, Fire kann man nur einmal benutzen. Bin mir allerdings nicht sicher. Ja, das ist ja, glaube ich, auch so überpowert, dass es Instacill macht. Was? Oh, er bin gekeilt. Bin nicht irre geworden, bin nicht kirre geworden. Ahaha, nein, nein, nein. Ja, kirre, kirre. Ich will ihn abschießen. Achso, das zerstört. Das ich hier gar nicht. Hey, what the fuck? So, so, so. Boah, geschafft. War aber nicht gut. Boah, ich will jetzt nicht jammen. Nein! Nein! It's about a time. Warte, was? Ich versuch jetzt mal, ihn abschießen. Den Typen. Ja. Oder die Typ hin. Oder das Typ. Die Kontrolle ist scheiße. Da kann man ja gar... Das geht ja gar nicht. Schnell genug. Genug. Ich spiel einfach noch ne Runde. Ist doch egal. Tot? Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Nein, natürlich. Ich brenne dich um. Ich weiß dich auch. Du weißt mal, die Kühe. Jetzt bist du es nicht. Ja. Du weißt es nicht. Aber du weißt mal. Ja. 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 Ich hoffe, er hat sich geflüstert. Haha, schuld. Fahyuu, fahyuu. Ja, das war nur Übung. Und ich hab... Oh, Raffy. Raffy. Sackt ist Raffy. Yay. 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 Äh, falsch. Yay. Ja. Hä, 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 hä. Smile mit Riesennase. Hä, hä, hä. Und irgendeine... Und Sacktpickern. Nein. 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 Häh. Häh. Hm. Riiiss. Wuh. 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 Ja. Ja. Wir haben mit dem. Oh, das. Mache. eigentlich... Tontext tun es besser. Aber ich... ich würde mal sagen, ich werde die Aufnahme hier beenden, weil... ja, einfach... einfach... einfach so... einfach so, weil ich keine Lust mehr hab aus dieser Zeit. Ich mein, das Teil geht nicht! Äh, äh, ist eigentlich ein Künstler. Ja. Das Teil geht nicht! Und, ja, ich... ich verlieh immer, dass... das ist eigentlich der Hauptgrund. Ja. Also, Tschüss Leute und bis zum nächsten Mal. Die Aufnahme war heute eigentlich recht kurz, aber ist doch egal. Hoffentlich. Naja, ich, ich hoffe es. Boink, 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 boink. Tschüss!